Semlucky, siehst du das? Dort warten richtig schwierige Level auf uns, aber du weißt ganz genau, wir werden den Leuten beweisen, dass wir die Besten sind! Oh ja, dass wir die Besten sind im Teamwork, denn heute spielen wir einen Team-Obi! Eine Team-Obi zu zwei! Äh, Freunde, wo ist meine Hose hin? Hm? Okay, Junge, was hast du für eine Hose an? Ey, Junge, du hast Entenhosen an! Das ist meine Badehose, Semlucky. Okay, komm, jetzt erst ein Level, let's go! Oh! Und wenn wir diese Level bestreiten, kriegen wir am Ende krasse Belohnungen! Was? Ein Jackpack? Ey, das brauchen wir nicht, wir schaffen das zu zweit alleine, komm schon! Hm? Äh, ja, wir schaffen das auch so, aber okay, ich meine, später könnten wir uns doch mal ein Jackpack kaufen, oder? Stell dir hier rüber! Ah, wir haben nicht viel Zeit, siehst du das? Ich glaube, das geklärt wird! Okay, eine Sekunde! Oh, puh, das war knapp! Oh, okay, ich verstehe das Prinzip, wir müssen auf jeden Fall diese Level lösen und ein bisschen logisch dazu denken, oder nicht? Mhm, du hast recht, äh, wie kommen wir jetzt hier rüber? Keine Ahnung, Semlucky! Warte mal, vielleicht müssen wir ins Wasser springen, ich habe eine Badehose an! Das soll ich überprüfen? Uckri, nein, auf keinen Fall, Junge, denk doch nicht sowas! Schau mal, ich glaube, du musst eher auf meinen Kopf springen! Auf deinen Kopf? Äh, warte mal, warte mal, warte mal! Hey, aber komm, wow! Let's go! Und was ist mit dir, Semlucky? Schau es mir auch, Uckri! Äh, wie soll ich dir hochhelfen? Äh, warte mal, ist das eine Leiter? Wow, eine Leiter! Und zack! Uckri, geh bloß nicht auf die Laser! Hä? Semlucky, komm doch her! Oh, wow, du hast mir eine Treppe gemacht! Oh, ja, und jetzt können wir, ähm, warte mal, ich kann dann vorne was aktivieren! Schau dir das mal an, oder aktivier du das, okay? Äh, ja, okay! Okay, einmal springen! Ah! Oh, Mann, Uckri, alles von vorne! Wer ist das denn? Äh, keine Ahnung, denkst du, es ist leer? Warte mal, ist das etwa leer? Keine Ahnung, Mann! Egal, rüber da, let's go! Okay, alles von vorne, Uckri, geh doch mal hin, diesmal spring ich hoch, weil du bist ein Noob! Hey, ich bin doch kein Noob, oder, äh, kannst du reden? Bist du leer? Hallo? Ja, Uckri, ähm, hm, hat's geklappt? Semlucky, du musst auf den Knopf drücken, Vogel! Hm, ach so, okay, komm hoch! Okay, ich komm, hier sieht man ja, wer der Noob ist, Alter, und... Okay, Semlucky, spring da rüber, jetzt drück auf den Knopf, das ist ganz, ganz wichtig! Ja, hab ich, Uckri! Oh, ja, perfekt, und jetzt müsst ihr sich hier vorne... Warte mal, wer ist das denn da hinten? Ist das der Orksi? Au, das ist Billy! Ah, ey, der hat mich runtergeschubst, ist das dein Ernst, Mann? Ja, Mann, das ist Billy! Ich hab keine Lust mehr, Freunde, das war bestimmt Billy, Alter, mach sein Fiesling! Komm schon, Semlucky, ich muss hier wieder rüber, du musst mir helfen! Oh, ja, Mann, Uckri, dauert alles so lange mit dir, ich bin viel besser! Du bist nicht besser! Hey, let's go, er hat uns geholfen, Billy ist doch nicht so fies! Oh, ja, bester Mann, Alter, äh, warte mal, er hat sogar was aufgemacht, schau mal dort vorne, jetzt können wir doch drüber! Mhm, Uckri, komm los rüber! Ja, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, let's go! Perfekt, wir haben es, wir sind 10! Schnell, 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 schnell! Ah, nein, sag nicht, warum der gefallen, Uckri! Nicht dein Ernst, Semlucky, weißt du, warte, ich gehe einfach ohne die rein, tschüss! Haha, jetzt geht's doch wieder nur, bis, let's go! Semlucky, schau mal, wir haben schon 6 Jahre, ich würde sagen, ich kaufe mir so ein Ei, okay? Okay, im Haustier! So, und zack, öffnen, let's go! Wow, ich hab den Erdblock bekommen! Ja, ich hab auch den Erdblock bekommen von Minecraft! Ich öffne nochmal, und? Nochmal, Erdblock! Hey, ich kann nicht nochmal öffnen! Äh, okay, ich riss mir die Erdblöcke aus, was bringen die mir jetzt? Wow, ich hab auch den Erdblock! Ey, Semlucky, wir müssen schnell ins nächste Level, dann wirst du schon sehen! Irgendwann kommen wir ins Special Level, Alter, ich will unbedingt sehen, wie krass das Special Level ist! Okay, ab ins nächste Level! Okay, Semlucky, hier ist das nächste Level! Wow, das ist auf jeden Fall schon schwerer! Siehst du das? Du musst irgendeinen Knopf... Ah, ey, dein Erd, Semlucky! Ey, Uchi, fall doch nicht runter, als ich gerade das nächste aktiviert! Komm doch mal hoch! Oh Mann, warte, du musst doch raufbleiben! Und zack! Äh, let's go, und jetzt, äh, das nächste, guck, zack, äh, warum aktiviert das sich nicht? Äh, keine Ahnung! Ah, jetzt, 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 rüber da! Zack, das nächste! Das nächste! Okay, und, ähm, kannst du mir jetzt gleich aufreißen? Ich weiß gar nicht, und das nächste! Let's go! Äh, Semlucky, wie kommst du eigentlich nach oben? Du musst mir helfen! Ja, komm, Semlucky, komm! Ja, aktivier schnell, und ich geh hoch! Perfekt, es wurde aktiviert, aber das mach ich gar nicht, das macht ein anderer für mich! Egal, komisch, ich komm trotzdem hoch! Und let's go! Ey, schau mal, was denn Ihre, Mann, er ist! Er hilft dir einfach, let's go! Oh, Junge, Ehemann, der hat sechs Siege! Und rüber hier! Rüber, rüber! Wow, was hat die denn? Eine Fahne? Wow, wir haben nur so einen Erdling, ich glaube, unser ist nicht so cool wie deren. Aber egal, komm, hier, schau mal an, wir können jetzt hier, Semlucky, let's go! Semlucky, komm rein ins nächste Level, Rainbow Level, wow! Okay, Semlucky, was machen wir jetzt? Wir müssen zusammenhalten, einer steht auf dem Knopf, einer läuft drüber. Wie, Squid Game, was redest du? Hm, siehst du es nicht, das Squid Game! Hey, warte mal, ich habe eine Idee, ich glaube, wir dürfen nur Pink berühren, oder halt nur auf die Farbe, auf welche du drückst. Hm, stimmt, du hast recht, okay, so machen wir das. Ah, warte mal, jetzt haben wir Pink, oh, okay. Und jetzt, Pink noch da, okay, und, ähm, hm, da muss ich jetzt direkt weiter, geh du auf Weiß, schnell, hilf mir! Okay, ich gehe auf Weiß, und zack, warte mal, jetzt bleibst du mal, weiß bleibt dort, ne? Ja, ganz genau, okay, das Nächste, was ist das Nächste? Hm, was ist das Nächste? Ich weiß gar nicht, das Nächste! Ich schreibe noch Rüber! Ich schreibe noch Rüber zu Raut, du musst auf Raut, du musst auf Raut, du musst auf Raut! Ihr habt es geschafft! Let's go, jetzt bleib nur noch ich hier übrig, warte mal, Simlaki, ich will auch rüber! Hm, stimmt, okay, irgendwie, warte mal, ich gehe hier auch auf den Buzzer! Ja, blau, 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 blau! Okay, ich habe es geschafft! Er hat es geschafft! Let's go, rüber da, und zack, ich bin fast drüben, warte mal! Ey, du machst das Kalt, was du machst, komm, jetzt rüber, schnell! Okay, Simlaki, das Nächste Level, drück auf Raut, ich gehe rüber, zack, okay! Grün, 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 grün! Ich traue mich nicht, ich traue mich nicht, Simlaki! Ich bin nicht so ein Angsthase! Oh, nein, 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 ich traue mich, warte, 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 welche Farbe ist nächstes? Und hier, gelb, 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 gelb! Let's go, rüber! Ich bin da, ich bin da, ich warte hier, und ich warte auf die nächste Farbe, okay! Das verschwindet jetzt alles außer gelb! Ey, wenn wir das Nächste Level schaffen, dann sind wir auf jeden Fall viel, viel weiter! Okay, auf das Nächste! Was, ey, wo, schweiß, ey, okay, ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! In der letzten Sekunde, Simlaki, in der letzten Sekunde! Halt, aber das knapp, Junge, erst geh rüber! Ich habe es geschafft, Simlaki, okay! Oh, ja, ja, ja! Okay, jetzt bin ich dran! Oh, Mann, Freunde, wenn wir das Level erstmal schaffen, dann kommen wir zu den OP-Levels! Ich habe grün, ich habe grün, oh, krieg keine Sorge! Perfekt, perfekt, perfekt! Leute, das letzte Level, wir haben es einfach alles überstanden! Und jetzt würde ich sagen, Simlaki, wir müssen zu zweit drauf, jetzt wird sie die Zeit gleich! Let's go! Simlaki, ich kaufe jetzt ein Premium-Eck! So, mal schauen, was wir jetzt rausbekommen! Bitte was Gutes, bitte was Gutes, ey, was soll das? Und zack, let's go! Nicht sein Ernst, nicht sein Ernst! Ich habe es schon wieder nur einen Erdblock bekommen! Ja, aber jetzt werde ich das recht gut bekommen, vertrauen wir uns! Wow, Bucket of Water, Bucket of Water! Ich habe wieder nur einen Erdblock bekommen! Ich habe Bucket of Water bekommen! Ich auch! Let's go, Freunde! Okay, und jetzt können wir ins nächste Level! Und das nächste Level wird ein OP-Level! Schau mal, Schwierigkeit droht, Freunde! Schwierigkeit droht, ist richtig gefährlich! Aber wir schaffen das, Freunde, mit meiner Badehose schaffen wir das! Das Level heißt auslöschen, Simlaki! Willst du da rein wirklich? Okay, okay, machen wir! Okay, und rein da! Okay, Freunde, nächstes Level! Simlaki, stell dich endlich drauf, auf was wartest du? Ich komme! Okay, let's go! Okay, drei Sekunden, schnell, 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 schnell! Runter da, runter da, runter da! Hä? Hä? Äh? Simlaki? Okay, was hast du gemacht? Ich brauche deine Hilfe! Oh nein! Ich bin runtergefahren! Ich dachte, du wärst auch... Okay, komm, wir machen es nochmal! Wir machen das nochmal! Oh, drunter da! Ey, wie rutschst du eigentlich runter? Ah! Ah! Okay! Oh Mann, was ist das, Freunde? Okay, okay, ein letzter! Ah, runter! Oh nein, schon wieder! Oh Mann, Leute! Ich glaube, das wird nichts! Warum brauchen wir so lange für die... Das ist das erste Hindernis und wir verkacken schon! Oh ja, weil das so schwierig ist! Okay, wir haben es geschafft! Steh auf! Ah, ja, ich steh auf! Und zack! Also, was machen wir als nächstes? Ah, hier drauf! Zack, Simlaki! Let's go! Okay, Simlaki, aktivier du das jetzt! Jetzt ist meine Chance zu beweisen, dass ich der Beste bin! Let's go! Ah! Okay! Okay, du musst anpassen! Ich hab das... Ich hab's geschafft! Jetzt bist du dran! Bitte, bitte verliere dich, Simlaki! Sonst schaffen wir das nicht! Hm, auf keinen Fall, Ugrin! Du kaltest mich mit der Hülle über... Überprofi, Alter! Okay, du darfst das Rote nicht berühren und auch nicht runterfallen! Hast du verloren, Simlaki? Nein, Ugrin! Doch hab ich! Oh Mann, nicht schon wieder, Freunde! Oh, wie sollen wir bitte das schwerste Level schaffen, wenn es schon rot so schwer ist? Ugrin, zweiter Versuch! Ich werd's schaffen! Ich hoffe es doch für dich, Simlaki! Oh ja, kein Problem, Ugrin! Ich hab's fast geschafft, Ugrin! Jetzt spring, spring, spring! Let's go! Ich hab's geschafft! Hä? Let's go, Simlaki! Und jetzt geht es weiter! Äh, warte mal, was ist das hier? Hm... 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 Wir müssen uns gegenseitig helfen, da rüber zu kommen! Dürfen wir nicht dieses Blaue berühren? Weiß nicht! Äh, ich würd sagen, wir springen da einfach rüber, oder nicht? Zack! Hm, ja, let's go, Ugrin! Okay, jetzt versuch du mal, auf den Knopf zu drücken! Hm, okay! Hey, ich drück auf den Knopf! Oh, perfekt! Und was jetzt? Ah, ah, wir haben nicht so viel Zeit! Schnell, 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 Simlaki! Nein! Okay, schnell, Ugrin! Wir haben noch fünf Sekunden Zeit, sollen wir dich lieber wieder umreden? Ah, was war denn aus der Valle? Ich hab's geschafft! Äh, wo bist du? Ich bin am Anfang! Wir müssen nochmal neu starten! Das ist auf jeden Fall richtig schwer, Freunde! Lasst mal ein Like da, wenn ihr denkt, dass es auch so schwer ist! Und kommentiert mal, habt ihr mal dieses Level bestanden? Oh, okay, komm, wir fassen uns nochmal, Simlaki! Okay, Simlaki, aktivieren! Komm, schnell, schnell, schnell! Und jetzt rüber, rüber! Let's go! Okay! Okay, ihr müsst jetzt passen! Okay, runter, oder? Nein, du kannst einfach rüberspringen! Ah, nein, du kannst du doch nicht! Äh, bist du draufgegangen? Ja, sorry, Uki! Mann! Let's go, Freunde! Und jetzt diesmal nach unten, Simlaki! Ciao! Und zack! Rüber da! Nein, echt, dein Herz, Simlaki! Warum bist du so schlecht, Mann? Und er hat mich als du für da, ey! Hey, wie bin ich denn draufgegangen? Still, Simlaki! Jetzt schaffen wir es aber! Okay, hier an den Rand! Und zack! Let's go! Ich hab auch geschafft! Okay, warte mal, was jetzt, Simlaki? Ah, ich muss hier hoch, ich muss hier hoch! Ich muss auf dich springen! Okay, spring auf dich! Let's go! Ey, Freunde, ist euch aufgefallen? Wieso schon richtige Profis geworden? Oh ja, Uki, sind wir! Aber ich bin noch immer ein bisschen besser Profi als du! Ey, stell dich mal da drauf, Simlaki! Was soll das? Hm? Äh, ja, okay, ich stell mich drauf! Zack! Und hochklettern! Und noch einmal draufstellen, Simlaki! Hm? Zack! Let's go! Okay, danke für die Brücke! Und jetzt würde ich sagen... Oh no! Was ist das denn bitte sehr? Jetzt musst du mir also hochhelfen, Uki! Wie soll ich dir hochhelfen, Simlaki? Ey, du sollst mir mal hochhelfen, Simlaki! Wie soll ich hier hochkommen? Ich weiß nicht! Okay, ich hab's selber rausgefunden, Uki! Wenn ich hier drauf drücke... Du musst diese Blöcke da aktivieren! Okay, ich hab's deaktiviert! Jetzt versuch mal da rüber zu kommen! Aber was bringt dir das, wenn du da rüber kommst? Was passiert mit mir? Ah! Junge, warum springst du so hoch, Simlaki? Wow! Wow, ich will das hoch! Ich will auch aufs Rapoli! Warte mal, ich glaub, du musst da oben! Nach oben, nach oben, nach oben! Jetzt, Uki! Du musst richtig aufpassen! Äh, warte mal, was sagst du denn? Uki? Ja? Du musst da rüber! Ich muss da rüber? Oh, wie soll ich das schaffen? Das wird gleich... Ah, nee, du musst hier rüber, komm! Nein, du musst zu mir rüber! Äh, stimmt! Okay! Warte, warte, warte! Nicht, das schaffst du nicht! Wir müssen erstmal nochmal neu machen, damit die Zeit schrifft uns! Spaß, nein, okay! Komm, lass es nochmal versuchen! Okay, okay, und let's go! Jetzt schaffst du es! Jetzt schaffst du es, der Blöcke! Probier's! Ich will schlafen! Ich will schlafen! Let's go! Okay, 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 okay! Okay, wir haben 30 Sekunden Zeit fast, um hier rüber zu kommen! Und dort vorne ist einfach so ein Teil, das bewegt sich! Also, wir müssen aufpassen, nicht, dass wir auf das Rote gehen, okay? Mhm, ich kenn das aus dem Trampolin-Land! Okay, wir machen das so, Simlaki! Mhm! Gleich, wenn die Zeit vorbei ist, treten wir noch einmal, zweimal drauf! Du auf das, ich auf das! Ja! Gleichzeitig, und dann versuchen wir es gleichzeitig, okay? Mhm, aber das Teil muss auch perfekt schwingen, okay? Im perfekten Zeitpunkt müssen wir timen! Okay, und anmachen, Simlaki! Warte, warte! Ah, nein, nicht dein Ernst! Das waren gerade zwei Sekunden, du bist direkt runtergefallen! Oh, ich bin ja geil, Alter! Oh, man! Simlaki, was war das bitte sehr? Okay, geh erst die Traum, wir müssen es nochmal abprobieren! Oh, der sagt einfach, das war ein Bug! Was für ein Bug, Junge, du bist einfach... Ey, was soll das? Okay, komm, Simlaki, let's go! Okay, wir sind wieder zurück! Aber, Simlaki, eine Sache jetzt! Bitte vergangen dich direkt in der ersten Sekunde, wenn wir es aktivieren, okay? Ey, was soll das? Alter, ja, 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 ja! Okay, egal, komm, wir machen das! Let's go! Oh, oh, hey! Ah! Simlaki, schick! Schick! Nein, nein! Wo geht denn los? Simlaki, das fragt mich gerade, möchtest du in die Lobby gehen? Sollen wir einfach verlassen? Nein, wir machen noch einmal! Komm, wir schaffen das! Oh, Mann, Freunde! Wir haben es probiert, aber wir werden dieses Level überspringen! Es klappt nicht, Simlaki, es klappt nicht! Hey, was machst du? Schau mal, ich schaffe es! Oh, Mann! Leute, wir sind beim tausendsten Mal und Simlaki hat schon wieder bei diesem Sprung verloren! Oh, nein, ich kann nicht mehr! Simlaki, ich gehe jetzt ohne dir! Let's go! Hä? Was? Okay, du musst auch... Ah! Oh, nein! Werdere! Du hast es geschafft! Endlich! Alter, Leute, ihr wisst nicht, wie lange wir schon dafür brauchen! Ihr wisst gar nicht! Bitte, Simlaki, du musst das auch schaffen! Bitte, bitte, bitte! Okay, jetzt müssen wir unser bestes Team, okay? Nachdenken! Jetzt! Einer links! Okay, okay, warte! Wir haben genügend Zeitung! Wir haben 20 Sekunden, das passt! Einatmen, okay! Los! Let's go! Warte, noch nicht rauspringen! Okay! Jetzt! Jetzt! Ah, nein! Okay, bist du schnell! Echt, ich hab keine Lust mehr! Ich probier's! Oh, Leute, wir machen jetzt noch einen Versuch, mal schauen, ob wir es schaffen, weil... Echt, ich hab keinen Bock mehr! Ihr wisst gar nicht, wie oft wir jetzt schon diesen Weg hier lang gegangen sind und wir verkacken die ganze Zeit, Mann! Tausendmal bestimmt, Alter! Leute, wir geben unser Bestes, aber wir schaffen es einfach nicht! Oh, Mann! Ich glaub, wir sind einfach Noobs, Ugrin! Wir sind wirklich Noobs! Was sollen wir machen? Egal, Leute, jetzt vertraut uns! Wir machen das jetzt im Speedrun und dann könnt ihr selber sehen, dass wir es einfach nicht schaffen! Wir haben einfach keine Chance! Oder wir schaffen diesmal aber die Wahrscheinlichkeit, das ist so gering! Oh, ja, die Chance ist so gering, dass wir es diesmal schaffen, aber wir versuchen es einfach nochmal hier drauf, schau und zack! Bis jetzt ist doch alles einfach, aber jetzt kommt das erste schwierige Hindernis! Ja, das ist das erste Schwierige, wo wir richtig oft drauf gehen und zack! Oh, rüber! Zum Glück hab ich's geschafft! Let's go! Ich hab's auch geschafft! Okay, jetzt geh auf meinen Kopf! Jetzt rüber! Und jetzt hier rüber! Guck mal, Leute, wir wissen schon alles auswendig, aber das Problem ist... Ah, ich mag drin! Oh, aber... Oh, zum Glück! Oh, okay, ich dachte schon! Das Problem ist halt, dass wir einfach gleich das mit den Bällen nicht schaffen, Leute! Schaut gleich das hier! Das ist ultra schwierig, Freunde! Ihr denkt, das ist nicht schwierig, aber der springt einfach nicht! Leute, manchmal der springt und manchmal der springt nicht! Äh, warte mal, das ging ganz einfach so! Lucky, komm schon! Jetzt rüber! Okay, jetzt wird's schwierig! Das ist der finale Jump! Den schaff ich nie! Ja, ich bin hochgesprungen! Oh, du machst so hoch! Okay, oh, komm schon! Nein, 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 ich brauch wieder so einen hohen Sprung, sonst schaff ich das nicht! Jetzt! Ja! Okay, okay! Und jetzt rüber! Das Schicksal, das Schicksal! Das Schicksal, Freunde! Jetzt, wo wir es euch zeigen, jetzt schaffen wir es wirklich! Okay, komm schon! Okay, Samlaki! Ich glaub, ich muss hier links lang, du rechts, oder wie sollen wir machen? Ja, einer muss rechts, einer links, stimmt! Hm, okay! Obwohl, da lang ist schwieriger, weil du dann in die Richtung von links wirst! Okay, wann machen wir? Okay, Samlaki, ich würd sagen, soll ich probieren, links lang zu gehen? Hm! Wie, du willst? Nein, lieber nicht! Beide rechts lang! Aber dann, dann stecken wir auf einer Fläche! Wir haben genug Zeit, wir haben genug Zeit, wir können da einmal drüber springen, das geht ehrlich! Okay, okay, Bottle of Water, Bucket of Water! Nein, also müssen wir stoppen, einmal müssen wir stoppen, okay, okay, ganz wichtig! Nein, wir müssen mehrmals stoppen, okay, komm, drauf da! Drei, zwei, eins, drauf! Let's go! Oh, okay, komm! Was machst du? Ah, springen! Okay! Okay, 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 egal, du hast noch fünf Sekunden, Alter! Ja! Let's go! Okay, warte mal, können wir drüber? Nein! Nein! Was ist das? Was? Ich hör auf, gekonnt! Was? Ich hör auf, gekonnt! Ist blau oder rot falsch? Hey, ich hab keine Ahnung! Was machen wir jetzt? Okay, okay, blau ist richtig! Okay, blau ist richtig und wir dürfen nicht auf das Rote? Wie sollen wir es schaffen? Okay, probier! Soll ich das erst probieren? Ich weiß nicht, weil das Problem ist, du kannst da ja nicht springen, warte mal, probier mal! Doch, kann man! Warte, und so! Let's go! Du hast geschafft! Aber ich muss da auch hin! Ich muss da auch hin! Zeit, U-Krieger, nicht haben, die im Farsch! Okay, komm! Drauf, da ist der Blackie! Let's go! Okay! Ah! Ah! Okay! 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 Ich hab' ich geschafft! Ich hab' ich geschafft! Alter, Mann, das war schwierig! Leute, wir können jetzt im Special Level, lasst uns das kurz anschauen! Oh, Mann, mein Herz, Freunde, mein Herz, Mann, ich kann nicht mehr! Wir können im Special Level, let's go, Alter! Ey, Freunde, ihr wisst nicht, wie lange wir dafür gebraucht haben! Wir haben einfach 100 Runden! Zwei Stunden oder so machen wir das, Alter, das sind Millionen von Runden! Aber jetzt gehen wir ins Level! Mach' das schlitzende Level! Äh, was, wir können doch gar nicht rein! Nein! Oh, Mann, okay! Freunde, falls ihr wollt, dass wir in der nächsten Folge ins Special Level gehen und noch mehr Level bestreiten, dann lasst jetzt mal ein Like da auf dem Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, aktiviert die Glocke, das ist ganz, ganz wichtig! Schaut bei Some Lucky vorbei, da kommt auch täglicher Roblox-Content! Einmal bei mir und einmal ein bisschen Lucky! Und, Freunde, ich will sagen, vielen, vielen Dank für euer Abo! Und jetzt, Freunde, drücken auf die nächste Folge! Schnell, schnell, schnell! Let's go!